Neue kostet nicht nur 20 Euro. Juggernaut deaktiviert. Jetzt ist er aber draußen, oder? Feil dich! Juggernaut! Erste Deckung! Siehst du ihn? Bleib da stehen! Bleib da stehen und warte! Ok, er rennt. Silberbauer ist draußen. Sollte man Juggernaut vielleicht auch nach hinten schicken? Juggernaut! Geh nach rechts rüber. Nicht den anderen auf der anderen Seite. Ich weiß nicht ob... Ja. Martin, wir schicken euch den Juggernaut rüber. Passt auf ihn auf, schickt sie nicht zu weit vor. Das sind die in den Becher runterschießen. Der Juggernaut kommt zu euch rüber! Der Juggernaut kommt zu euch rüber! Der Juggernaut kommt zu euch rüber! Wo kommen die? Ich weiß nicht! Wer? Der hieß dann... Links? Er beim Waagerl! Der geht beim Waagerl! Beim Waagerl? Ja! Da sieht's keiner! Jetzt siehst du ihn nicht! Da schießt nicht da fern. Der ist direkt vorne. Hol den Juggernot zurück. Da stehen da drei. Passt. Die können wir ja alle rein. Alex, hol den Juggernot wieder zu dir. Alex, Juggernot ist deaktiviert. Hans, Juggernot durch eine flache. Den Juggernot durch eine Fläche. fragt sich an Westerlenot durch. Ich gebe Deckung. Ist nicht auf Platz 2. Ist nichts. Ich habe einen Becher. Ah, scheiße. Wir sind am Becher, oder? Ja. Cangenot! Eingang sichern! Eingang! Eingang! Pass auf! Bleib stehen! Stopp! Alter! Scheiße! Cangenot! Bleib nur da stehen und schau, dass keiner durchkommt! Schieß nicht, wenn sie zu weit weg sind! Schieß nur, wenn sie zum Tor herkommen! Martin! Du hast Hilfe kommen! Bist du nicht! Bist du nicht! Bist du nicht! Bist du nicht! Was? Joggenaut, nur fahr bis zum Netz und weiter nicht, bis zum Netz, also wo es offen ist und dann stehen bleiben. Ich werde ihn sogar nur da stehen lassen, dass sie ihn nicht in die Ding wegschießen können. Ich glaube, die haben es mittlerweile aufgegeben, die haben nur noch 1-2 Leute. Der Rest kommt alles von dort drüben. Wir haben noch zwei Flaggen. Wir? Nein, wir haben noch zwei. Das heißt, eine haben wir schon? Eine haben wir, ja. Wo ist die zweite? Die zweite? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ich auf der Seite, wo die ganzen hinrennen. Ich weiß nicht, schick mir Joggenaut vor. Das wäre eine gute Idee im Prinzip. Anfällig. Aber der da hinten, der da hinten war die Arsch. Was? Erst Alex, wo wirst du mit Joggenaut reinzukommen? Wir bleiben da. Der Ding ist unten. Scheiß Wind. Ich glaube, ich nehme das nächste Mal Pick-Bundle mit und pick den Fest da oben. Wir haben den damals, damals haben wir Becher gehabt, die haben wir mit schwarzem Panzer-Deb zugleistert. Ja. So eins habe ich auch da. Der Ding ist weg. Macht nichts, wir haben noch eins. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Nein! Ah, Karte! Ich meine Becher! Auffassen. Könnte jetzt kommen. Warte, schau noch, da bleib stehen. Geh nach links ein bisschen. Links? Von meiner Sicht aus ein bisschen nach links. Anderes links. Ja, das ist gut. Das Netz deckt ihn. Der hat auch kein Leben mit uns. Nein, der ist laut, der ist gut. Der deckt mich. Da hinten kommt einer. Oder? Der geht aber zu schwierig. Alter, wie der ausschaut. Der blutet. Ja, der blutet nicht. Aber auf Platz ist nichts. Du musst zauber machen. Ja. Ich habe nichts da, kein Ohr. Ja, da wisch drüber, oder? Ja, na du, wenn hätte ich eh auch was. Warte mal. Oder in die Kopfbedeckung. Ja. Da hinten. Ja, da hinten. Da ist der Becher geschickt. Ich habe es mir jetzt auch da. Passt. Gehst du wieder vor zum Netz, oder? Ja, weißt du mal. Falls sie einen runter schießt. Ja, steck da einen Becher ein, oder? Schummeln du mal jetzt nicht, okay? Ja, ist das verboten? Und? Haben sie es gesagt, dass das verboten ist? Ja. Okay. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann an die Stelle wieder, wo er gestartet hat. Und dann... Ja, gut. Schick mal einmal. Mario! Schick mal einmal. Schick mal einmal rein. Steh dich nicht. Obwohl. Was sagst du? Was sagst du? Schick mal rein. Wir bleiben nicht da, oder? Der kommt daher zurück. Das ist ja ein Suizid, ja. Er kommt aber daher zurück. Die Becher sind doch gut da. Die Becher sind nicht da, also. Harry! Was? Wie schaut's aus? Willst du in die Scheune? Ich gucke mal auf die Scheune, aber bitte. Ich gucke mal auf die Scheune. Warte, in die Scheune kann ich ihn nicht schicken. Was? Nein, in die Scheune nicht. Ich gucke mal auf die Scheune zusammen. Ja, aber... Schick ihn da noch hinten. Da gerade. Dass wir den da hinten wegschießen. Ja, schau dir nach. Ja, schau dir nach. Ja, hier ist alles klar. Dann schau dir nach der Seite. Dann schau dir nach hinten. Und bück dich! Ja, und dann schau dir die Scheune. Aber auch schau dir nicht. Dann schau dir nicht. Ja, wo? Na? Ja, okay. Kannst du wieder zurück. Erster Wind ist aber ein Scheißdrick. Der größte Feind des Juggernauts. Der Wind. Kannst du sicher sein? Der Schräger auf die Black Ops Seite. Angriff! Zerfick ihn! Hol ihn her! Gib ihm! Da rennt er. Und jetzt in die Scheune! Hörst du jetzt das Schreien? Aufpassen auf der Seite jetzt! Hast du das Schreien gehört? Aufpassen! Der Juggernaut geht rüber! Der gehört zu uns, der Juggernaut. Okay, er kommt zurück! Hörst du, er kommt zurück! Was? Er kommt zurück! Der Kübel ist weg! Nein, der ist nicht oben! Du hast ihn eh nach oben, oder? Nein! Ja, gut! Ja, gut! Hände indirekt! Das sind die Plastikbecher, die Fliegen viel zu leicht runter! Ja, eh! Big Bundle, würde ich sagen! Und schön festbicken oben! Obst du uns jetzt so die ganze Zeit nicht hörst, oder? Ich hab schon eine verdammte Zeit! Ja! Verdammte! Geh! Daniel! Jawohl! Da drüben sind sie bei Ihnen! Ah, ich will doch weg! Aufpassen! Wie hältst du nicht so lange, wenn der Wind geht? Wie läuft es noch? Ja, ich weiß gerade! Wie wär's mit Isolierband? Ein bisschen festbicken oben, oder? Ja! Da kommen jetzt zwei! Aus ist! Aus! 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 Alter! Warte! Das Schiff! Aus! Geht schon! Alter! Alter, jetzt hab ich grad vier nur noch! Geh! Geh! Normalerweise wollte ich mich so sehen! Ja, halt! Ja! Geh! Hallo! Biss deppert, Arsch auf Christen würde ich sagen. Den Moment, wo sie geschrien haben und wo der eine gerennt ist wie ein Gein in der Biss deppert, vergesse ich nicht.